Ja, der nächste Versuch unseres Videoblogs. Die Paria ist hier. Hallo. Schön, dich wieder zu sehen. Ja, gleich heute. Haben uns lange nicht gesehen. Ja. Ja, und wie geht's dir? Gut. Was hast du gemacht, als wir in Mexiko waren? Ich hatte Saisonpause. Gut. Hab die Beine hochgelegt. Hi. Ein paar Kilo zugenommen. Oh, ehrlich? Viel gegessen, ja. Okay. Und seit gestern trainiere ich wieder offiziell. Cool. Womit hast du angefangen? Beim Laufen und Schwimmen. Laufen und Schwimmen. Ja. Okay. Und hast du die Kinder in Mexiko beobachtet? Ja. War sehr beeindruckend. Und warst du zufrieden? Ja. Zufrieden mit den Ergebnissen? Ich bin sehr gefreut. Und Francesca hat mit mir zugehauen, ne? Genau. Für Francesca habe ich mich sehr gefreut. Ja. Guckst du.